Ivan, nehm ich an? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Wer mich schickt und was ich von dir will. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Jetzt ziele einer, bevor ich... Bevor du was? Das ist ja... Ganz genau. Und jetzt sagst du mir, was du über Valentin weißt und was er als nächstes vorhat. Alles, was ich weiß und was du brauchst, befindet sich auf diesem Stick. Ich will 10 Millionen in Cash. Und zwar sofort. Und dann gehört er dir. Sorry, aber die Preise steigen. Ich muss ja irgendwie meine Miete bezahlen. Du läufst ohne Schutz mit sowas Wertvollem herum. Oh, ich bin sehr wohl geschützt. Die beobachten mich ständig. Und dich jetzt auch. Also, wenn du nicht willst, dass einer meiner Freunde da oben dir eine Kugel in den Kopf jagt, gibst du mir die Kohle. Oder du machst dich vermackern. Wow. Du bist also genauso rücksichtslos wie dein Boss. Die Zukunft der Welt steht hier auf dem Spiel. Ich habe keinen Boss. Ich arbeite für niemanden. Also, ich will das Geld oder verschwinde. Zu schade, das Geld bald keine Rolle mehr spielen wird, so wie es aussieht. Das ist deiner Ansicht, nicht meine. Wir behalten dich im Auge, Ivan. Wir wissen, wo wir dich finden. Das wird sich zeigen. Aus dem Weg. Aus dem Weg.